ja guten morgen youtuber bauer hause auf dem welt heute auffahrt morgen es ist jetzt halb sieben ich bin auf der frost suche ja fotoshooting im rapsfeld haha ja im raps ja nep films Ein Blick auf die Alpen. Ein Blick auf die Alpen. So, und jetzt habe ich den Raureif gefunden, bei meinem Nachbar im gemähten Gras. Hier ist der Raureif.